Viveka Chudamani, erster Vers. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum ersten Vers des Viveka Chudamani, des Kronjuwels der Unterscheidung, des wichtigsten Textes, um das Höchste selbst zu erfahren, um dich zu lösen von allen Identifikationen, Verhaftungen und kleinlichen Vorstellungen. Ich lese den Text auf Sanskrit, dann die deutsche Übersetzung, dann einen kurzen Kommentar. Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tam Agocharam Govindam Paramanandam Satgurum Pranathos Myham Meine Verehrung gilt Shri Govinda, dem großen spirituellen Meister, der die höchste Glückseligkeit erreicht hat, dessen Wesen die höchste Glückseligkeit ist, die jenseits der Sinneserfahrungen ist und dessen Wonne nur durch die volle Verinnerlichung der Essenz der Veden des Vedanta erfahren werden kann. Hier beschreibt Shankaracharya, worum es geht. Es geht darum, die höchste Wonne zu erfahren durch das höchste Wissen. Und so verehrt er seinen Meister Govinda. Der Meister von Govinda war Gaudapada. Gaudapada hat das Wissen seinem Schüler Govinda weitergegeben und Govinda hat das Wissen seinem Schüler Shankara weitergegeben. Shankara hat dieses Wissen weitergegeben an seine Schüler. Die vier wichtigsten Schüler waren Padmapada, Hastamalakas, Sureshvara und Totaka. Und diese Meister haben alle die Gottverwirklichung erreicht, Atmanjana, das Wissen des Selbst, und haben das wieder weitergegeben an ihre Schüler. Und so ist das Wissen von Vedanta nicht nur weitergegeben worden durch ein Buch, sondern es ist weitergegeben worden von Lehrer auf Schüler. Und Shankara sagt hier, ja, ich verehre mich vor Govinda, ein großer spiritueller Meister, einer, der das Höchste erfahren hat. Und dieser hat die höchste Glückseligkeit erfahren. Wir wollen die Glückseligkeit erfahren selbst. Und wir wissen, große Meister haben die Glückseligkeit erfahren. Und wir wissen so, auch wir können sie erreichen. Auch du kannst sie erreichen. Du kannst dir bewusst machen, ja, ich will die höchste Glückseligkeit erreichen. Und ich kann sie auch erreichen. So wie früher die Meister, und so wie es heute auch andere Meister gibt, die diese höchste Verwirklichung erfahren, so kannst du sie auch erfahren. Daher verehre die großen Meister, ziehe Inspiration aus ihrem Beispiel und dann verwirkliche das Gleiche. Er sagt auch, diese Glückseligkeit ist jenseits des Sinneserfahrungen. Das ist auch wichtig, dass du das verstehst. Glückselig wirst du nicht, indem du deine Sinne befriedigst. Glückselig wirst du auch nicht, indem du Macht und Ansehen bekommst, wenn andere dich irgendwo loben und respektieren. Glückselig wirst du auch nicht durch Erfolg oder durch Reichtum. Jenseits aller Sinneserfahrungen, dort ist diese höchste Glückseligkeit. Und dazu will Shankara dir Anleitung geben. Und er sagt dir auch, es geht darum, diese höchste Weisheit zu erfahren. Und was ist diese höchste Weisheit? Asmi Aham. Ich bin dieses Unendliche. Ich bin das, was im Vedanta gelehrt wird. Daher in verehrungsvoller Haltung will ich Govinda verehren. Und ich weiß, er hat das höchste Wissen erfahren. Vedanta. Aus diesem höchsten Wissen hat er Glückseligkeit bekommen. Und auch ich möchte diese erfahren.